Ich habe Visionen. Dr. Florence Weaver wurde heute morgen brutal ermordet in ihrem Haus aufgefunden. Kanntest du sie? Nein, aber ich habe sie sterben sehen. Ich sehe Dinge. Ich sehe Morde, während sie geschehen. Hallo? Er sagt, sein Name ist Gabriel. Ich glaube, er ist aus meiner Vergangenheit. Was du auch durchgemacht hast, bevor du in unsere Familie kamst, es hat dich so verletzt, dass ich es mir nicht entfernt vorstellen kann. Hör auf, das zu sagen. Maddy, mit wem redest du da? Gabriel. Ist er dein Fantasiefreund? Er ist der Teufel. Was ist auch wahr? Es ist zurück. Er hat wieder getötet. Er kommt näher. Er will mit ihnen reden. Mann, was weißt du? Er ist hinter mir her. Ich bin jetzt begeistert. Wer bist du Gabriel? Er ist hinter mir. Er ist hinter mir. Er ist hinter mir. Untertitelung des ZDF, 2020